Guten Morgen, heute gibt es einmal eine kleinere Tour. Eigentlich nutze ich das Rad nur, um zum Lauf zu fahren, richtigen Tegernsee und land ab, also auf den Berg hoch, nach dem Walberg. Ich bin jetzt mal richtig früh unterwegs, heute ist Samstag und da ist es richtig früh, ich glaube es ist 7 Uhr oder noch was. So richtig früh ist es nicht, aber es ist noch nichts los. Und ich habe alles dabei, meine Laufschuhe. Und was ihr auch noch seht, ein neues Jersey von der schwedischen Arke Siegr. Und ich höre mich auch immer mal an die Aussprache. Mega geiles Zoll. Schön, wenn man dann draußen ist aus der Stadt. Hier ist so wenig los, dass man vielleicht sogar noch ein paar Viecher sehen könnte. Aber es wird ja besser. Muss neu sein. Das zieht zwar ein bisschen zu, aber schön ist es trotzdem. All zu lange dauert es nicht mehr, eine halbe Stunde vielleicht noch. Dann bin ich am See. Da freue ich mich jetzt umso mehr, dass ich jetzt noch in so einer Landschaft dann ein bisschen laufen kann. Und ich habe so Bock drauf, seit ich da bei meiner letzten Alpenüberkehrung, der Film davor, seit ich da dann noch so einen Berglauf gemacht habe. Und auch geschafft habe. Hört sich 17 Kilometern. Obwohl ich da vor monatelang ja nicht laufen war. Alles nicht die Megaölmeter. Aber geil. Wunderschön. Genau. Seitdem habe ich Bock. Seitdem habe ich Bock. Also wer hier wohnt. Wahnsinn. Sofort. 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 Gibt es eigentlich nur Friedliche. Sofort. Da sah man. Der Tegernsee. Wunderschön mit der Bergkulisse. Ja, das ist jetzt mein erstes Mal, dass ich mit dem Radl irgendwo hinfahre, um dann da hoch zu joggen auf dem Berg. Und dann habe ich mein Tegernsee ausgesucht, weil ich da eine Möglichkeit hatte, mein Radl safe abzustellen. Bei Bekannten konnte ich mich auch umziehen. Da war natürlich mega angenehm. Ich bin jetzt hier in Rottach Tegern, also am Tegernsee ganz im Süden. Und von hier geht's los. Und von hier geht's los. Aus dem Rottach Tüschte. Ein paar Pancakes mir geholt gerade. Und dann geht's los. Dann lauf ich los. Richtung Walberg. Und bis hin zu hoch zu kommen. Und es wäre dann das erste Mal, dass ich irgendwie auf dem Berg hoch gejoggt bin. Also ganz hoch gejoggt auch. Und wie gesagt, seit mehr Jahren irgendwie seid ihr gekommen. Na, letztens führte ich da jetzt einen Megaproft wieder auf. Als ich da in Südtirol so ein paar wunderschön Wahlwege entlang gelaufen bin. Wie ihr letztlich im Video davor seht. Ja, vielleicht wird das ja so ein kleines Hobby von mir. Was man halt auch in einem Tag unterbringen kann. Und wo man halt immer wieder nach Hause kommt. Und das ist natürlich ganz nett, wenn man auf solche Hobbys halt weniger Zeit verkauft. Ich esse jetzt was. Und freue mich dann schon. Gleich so eine Steigung haben wir hier. Da geht's gleich richtig hoch. Für sowas bin ich nicht gemacht. Da unten ist er. Da liegen jetzt nicht. Ich hoffe, ich verwackele nicht so beim Laufen. Ich wache jetzt mal ein bisschen langsamer. Ich will die beiden ja nicht erniedrigen, dass ich an ihnen vorbeischogge. Natürlich ist es jetzt. Wir können uns die Steigung raus langsam machen. Aber es ist ein Megaschnein hier. Ich muss wirklich manchmal ein bisschen gehen. Da versuche ich da ein bisschen schneller zu gehen. Aber es ist so steil hier. Aber dieser Weg ist heftig. Ich bin jetzt seit der Talstation 405 Meter. Ich hätte mir gesagt, zu drei Viertel bin ich schon gejobbt. Mega langsam aber. Ja. Und seit Tegernsee. Keine Ahnung. Wahrscheinlich noch mal 100 Meter mehr. Und ich glaube, jetzt müsste ich noch so 300 haben, bis ich am Walberghaus bin. Und 500 bis zum Ziel. Der Radler übrigens. Im Planck. Und jetzt geht es wieder runter, mit einem kleinen Wettbewerb, mit einem Wettbewerbchen, um die Gelächte zu stellen. Das ist so schön da, der Hausberg von München, der Vorberg. Aber jetzt hier auf dem Abschnitt ist gerade wenig los oder gar nichts. Das ist so gut das Mittag, das ist super. Hier kann man jetzt auch nicht schnell laufen, ich zumindest nicht. In der Technik, die wirklich sehr bescheiden ist. Ich setze halt einen Fuß nach dem anderen. Mit der Kamera in der Hand kann es ein bisschen mehr gehen. Aber, ja, es ist wirklich toll hier. Und konditionell habe ich jetzt schon ein guter Marsch da oben. Da war aber sehr schön. Ich habe einen Kaffee getrunken mit einer Spezi. Und das war aber auch das Einzige, was ich mir leisten konnte. Denn ich habe ein Problem mit meiner EC-Karte gehabt. Ich habe dummerweise eine defekte EC-Karte mitgenommen. Und somit konnte ich kein Geld abheben. Ich hatte nur 20 Euro dabei. Und großzügig wie ich bin, habe ich ja Pancakes mitgekauft. Und einen Kaffee im Tegernsee. Zwei Karte weg. Da wusste ich noch nicht, dass meine EC-Karte da voll sind. Da hatte ich nur noch acht. Und das hat jetzt genau das gekostet hier. Der Kaffee hat die Spezi. Jetzt hätte ich natürlich irgendwelche Leute fragen können, ob sie will. Ob ich ihnen per paper was überweisen kann. Und sie ist mir im Park gehen. Das wäre bestimmt gegangen. Aber ich bin da irgendwie... Das mag ich nicht. Ja, genau. Jetzt geht es heute wieder runter. Ich komme nach Hause. Passt auf. Wenn das jetzt mit einem kleinen Runner von euch sieht, dass ich dann denke... Entschuldigung, mein Freund. Es handelt sich hierbei nicht um Trail Running. Das ist Trail Walking. Wenn wir nach dem Nodic Walking stecken. Ihr müsst bedenken. Ich bin 100 Kilo. Und wenn ich einmal stolpe, reise ich mich ganz langsam ab. So. Bis zum nächsten Mal. 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 Musik Musik Und jetzt entfüge ich euch kurz in das Thema, was mich in meinem Leben eigentlich schon am längsten beschäftigt, nämlich die Formikologie, also die Ameisenkunde oder Wissenschaft. Und hier sieht man jetzt den Kampf David gegen Goliath, nämlich die kleine Ameise, eine Lasius, und die große Ameise, eine Serviformica, kämpfen um den gleichen Regenbogen, den gleichen vertrockneten Regenbogen. Zur Taktik der großen Ameise, der Serviformica, ist es, rumzufurragieren, also nach Nahrung zu suchen, und wenn sie dann was sehen, es sofort ganz schnell wegzutragen. Wohingegen die Lasius einfach ganz normal versucht, das vorzutragen, eventuell auch Verstärkung zu holen, um es dann nach transportieren zu können. Was interessant ist, die Serviformica ist extrem nicht dominant, sondern die haut sofort beim kleinsten Wuchser von anderen Ameisen ab. Aber gleichzeitig, wenn sie bemerkt, dass andere Ameisen eine Beute transportieren, irgendwo hin zu ihrem Bau, dann versucht sie denen diese Beute streitig zu machen, indem sie ganz schnell hinrennt, quasi die anderen Ameisen überrennt, den Regenwurm jetzt in diesem Fall ganz schnell zu packen und einfach 30 cm weiter zu schleppen und dann sofort weiter. Das ist deren Taktik, also quasi so ein Überfall einer Karawane. Und das ist immer sehr interessant zu beobachten, weil, wie man sieht, kleinste Wuchser von der kleinen Lasius und sofort ist die große weg. Kleine Entführung in die Pharmikologie. Ich hoffe es hat euch Spaß gemacht. Ja, der Verkehr ist so, aber trotzdem ist es schön. Wir lassen auch alle auf. Sieht mir schön. Guter Abendstatt! So, jetzt bin ich wirklich froh, wenn ich in Bad Tilt bin. Das ist nicht mehr lang. Und dort auf mein Schwesterherz treffe. Die bin ich dann hoffentlich versorgt. Mit ihrer EC-Karte. Versorgt mit Leckerei. Weil ich habe heute nichts gefrühstückt, außer diese Pancakes. Zwei Cappuccinos und zwei Riegel. Das ist alles, was ich heute gegessen habe. Das ist ein bisschen wenig. Ein Stück getrockneter. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer nicht kennt. Ja, doch, sagt man. Könnte man nicht. Eine Junge. Das ist es, das hat dir eigentlich alles ausgeworfen. Ja, wir verkноды. Das ist die Soalnyae. Wir sehen hier, diese Reiben, die Kühe, die schönen Zäune. Du bist gut. Jetzt pressiert es ein bisschen. Schauen wir schon nach einem guten Niederschlag aus. Keine Regenjagre, dabei nichts. Es ist so warm, dass man gleich ist. Jetzt hat man Lust da gerade drin. Aber natürlich bin ich zu faul, meine Sonnenbrille auszuziehen. Das kennt ihr bestimmt auch. Und ich bin da. Wie spinnst du? Was ist denn da hinten los? Die Zugspitze. Genau jetzt in der Mitte vom Bild. Nein, ganz einfach. Sieht das pervers aus. Wie schaut es da aus? Okay, meine Schuhe. Wie schaut es da aus? Wunderbar. Jetzt könnte ich da schon wieder eine Stunde stehen. Ich möchte ja auch rein. Und jetzt. Oh, Regenstopfen. Na ja. Ich ruchte mich wieder aufs Radagraf. Schön langsam kickt. Kicken die zwei Stücke. Ich komme jetzt an der ao Interview. estoy gespannt. Ich gehe kurz an die Ferse zu gehen. Dam hemisphere ein sobie Engine. Perfussitiere lighten bzw lah. Oh, wir Bereiche hatte. Geht's nach Schäftlern runter? Ah, es ist so schön da! Wunderbar! Vor allem jetzt kommt eine traumhafte Allee! Also sowas rein! Also sowas! Tschüss! Tschüss, tschüss, tschüss! Und dann ist dieses Kloster da! Mein Gott, ja! Leck! Kick doch mal! So! Ah, ist das! Wunderbar! Wunderbar! Ich bin jetzt dann demnächst daheim. Das waren jetzt über 70 Kilometer. Ich glaube, 80 Kilometer schaffe ich noch. Und dann 2 Stunden 45 habe ich gerade. Ja, war jetzt anstrengend. Aber, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, es ist gerade so mega geil. Mega geil! Es hat geregnet. Ich bin ein bisschen erfrisch. Und es war wirklich heiß. Und, ähm... Und, ähm... Ich habe noch ein bisschen Energie in mir drinnen. Von den 2 Kuchenstücken da. In Bad Hölz. Festplicht übrigens. Und danke, Schwester. Herz, dass sie mich eingeladen hat. Und... Ja... Ähm... Ehrlich gesagt. War irgendwie... Cool. Ein cooles, kleines... Tagefüllendes... Abenteuersau. Anstrengend und... Aber wunderbar. Abenteuersau. Die M masturb Native Unternehmen. D säger国静 ZOOMisch. Nhonfer känner. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020